und ein herzliches willkommen zu einer neuen folge Alice VR ich hoffe mal schwer dass wir vor den Toren der Stadt stehen Mirabilis glaube ich hieß sie auf der Suche nach Treibstoff und dafür müssen wir glaube ich wahrscheinlich aussteigen weil wir müssen irgendwie schauen dass wir das Tor da aufkriegen wie auch immer ziel erreicht okay weiß zwar nicht was aber wir werden schon sehen okay kann man denn hier irgendwas auffüllen nein hier kann ich nichts machen was was soll ich remove was ist das hier okay 407 sollte eigentlich reichen oder okay dann nein reicht immer noch nicht äh was wie viel soll ich denn jetzt hier sag jetzt bitte nicht ich muss jetzt mich auf die Suche begeben nach Treibstoff oder was anscheinend tolle Wurst ja anders kommen wir hier nicht rein wahrscheinlich wo soll ich denn jetzt Treibstoff her ich habe ja keinen Treibstoff mehr ne oder nee habe ich nicht okay dann ähm auf die Suche nach Treibstoff ja sauber hat ja ja Musik Musik Und da bin ich auch schon wieder da und habe doch in einer Ecke was übersehen. Ein kleines Vorratslager. Hat zumindest jetzt mir gerade irgendwie die KI gesagt, dass das hier wäre. Ob es so ist, weiß ich nicht. Das werde ich jetzt gleich sehen. Hoffe ich. Irgendwo. Äh, was? Jetzt muss ich mich größer machen? Okay, ich probiere es mal. Ach du lieber Gott. Okay, jetzt bin ich mal richtig groß. Old Miners sagen, dass dieses Ort hier lange bevor Max Hatter seine ersten Minden finanziert hat. Niemand wollte wirklich unterhalb von der Zeit. Es ist ein historisches Ort oder was. Und die Maschine wurde nicht recherchiert oder was. Aha. Und was muss ich jetzt hier genau machen? Ich muss das Ding bewegen. Und wie bewegen? Hm, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, äh, alle nach unten oder so? Oder so? Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht eine Planetenkonstellation oder so? Ich habe keine Ahnung. Hm. Oh, das Ding dreht sich jetzt. Warum dreht sich das jetzt? Oh, jetzt dreht er sich auch. Aha. Okay. Oh, jetzt dreht er sich auch. Er hat sich gedreht. Jetzt, 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 jetzt dreht er sich. Nicht. Vielleicht, jetzt, jetzt, so. Nein. Warum? Schwierig. In irgendeiner bestimmten Position muss es ja sein. Also, der dreht sich jetzt so. Ah. Ah. Okay. Ich glaube, das war es. Ich glaube, das war es. Okay. Aha. Okay. Das heißt aber, ich muss mich jetzt erst mal wieder kleiner machen hier. Oh, Hunger hat freigeschalten. Lahme Ente. Was? So. Wo ist denn jetzt der Treibstoff? Habe ich den jetzt schon, oder? Tausend. Okay, das sollte eigentlich reichen. Gut, dann, äh, gehen wir mal wieder. Hm. Oh, oh, oh. Ich muss ja vielleicht erst mal das Auto anschalten. So. So. Juhu. Charm. Nein, doch nicht. Also, wenn wir jetzt nicht die Brücke aufkriegen, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Vielleicht mal ein bisschen bremsen hier. Vielleicht jetzt mal bremsen. Stopp. Okay, jetzt aber. Komm. Also, wenn es jetzt... Ja, wollte ich jetzt gerade machen. So. Okay, jetzt ist er voll. Können wir jetzt, äh. Aha. Okay, das heißt, dann können wir dann wahrscheinlich die Seite jetzt dann runterlassen. Das sieht doch gut aus. Na, endlich. Das war bei uns aber auch ein Gesuche. Ei, 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 ei. So. Ja, wir kommen der Stadt schon mal ein bisschen näher. Ich weiß bloß nicht, wo wir jetzt da irgendwie lang müssen. Hier vielleicht. Hier lang. Ich werde nichts verpassen. Nicht, dass ich irgendwo wieder was übersehe. Wie zum Beispiel da hinten. Ah, was haben wir denn hier? Not an Entrance. Ich komme da rein. Hoffe ich. Kann ich hier die Bretter abmachen, vielleicht? Nee. 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 Weg damit. Guck mal, ich bin drin. Doch Entrance. Ach, hier ist wieder so ein Audio-Lock. To the moon. Ich kann nicht schlafen. Heute hat der Pfarrer all den Tag durch die Straße geschaut, und er schlafen etwas Nassens über die Verkaufung unserer Kolonie. Und die Leute glauben ihm. Dieser alte Pfarrer will uns, um unsere Hände zu verlassen. Ich kann nicht glauben, dass meine Kollegen so naiv sind. Nicht nur ein, der hat sogar stoppt, wie wir uns selbst unterstützen. Hm. Zweifelnder. Achso. Das ist nur ein Stein. Okay. Schade, dass wir nicht auch noch auf diese Dinger da hoch können, irgendwie. Ui, was ist denn das für ein geiles Loch? Äh. Müssen wir da runter? Nein? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Ich schau mal. Was, was da vielleicht irgendwie einen Weg gibt? Ui. Nee, da ist nix. Zumindest sehe ich jetzt hier nix. War es wirklich nur das Audio-Lock? Na gut, dann, äh. Gehen wir mal wieder. So. Ja. Pala. Na, achso. Ich vergesse es jedes Mal. Hm. Jetzt fahren wir mal, äh, da lang. Und dann fahren wir da lang. Oh, ich glaube, da komme ich nicht durch, oder? Aha. Aber da komme ich nicht durch, ne? Ich glaube, da kann ich bloß laufen. Okay, dann, äh. Lass ich die Karre an? Ich weiß es nicht. Hm. Okay. Oh, das sieht schon... Das ist der gleiche Gas, das in der Mine war. Du musst durch hier passen. Also, ich sage, dass du deinen Lass anhalten hast. Aha, ich halte die Luft an. Natürlich. Aber warte mal. Was ist denn da hinten? Nix. Okay, gut. Dann, äh, halte ich die Luft an. Ha, ha. Witzig. Ähm. Okay. Ha. Hoh. Was? Ich habe durch die Luft angehalten. Äh. Äh. Was ist jetzt schon wieder? Soviel zum Thema Luft anhalten. Eintrag 217 der Kooperationssatzung. Ein gehorsamer Angestellter ist ein guter Angestellter. Ja, das höre ich auch jeden Tag von meinem Chef. Äh. We have such a beautiful son, Lover Speculer. Äh. 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 Äh, was? Ähm. Wohin? Oh, krass. Ja, es ist nur ein böser Daumen. Ich kann ja aber auch nicht schneller gehen. Wow. Oh. Something is odd about this planet. There is more to it. Hidden just beyond our sight. Oh? 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 Oh, was denn jetzt? Alter. Oh, solche Träume mag ich nicht. Also den anderen fand ich besser. Oh man. Sind deine Bewegungen zu schnell oder zu langsam? Im Optionsmenü kannst du die Bewegungsgeschwindigkeit deiner Figur ändern. Nein, wirklich? Ich werde die Folge auch ein bisschen länger machen, weil ich... Kannst du weitergehen? Es muss eine wirklich gefährliche Substanz sein, wenn so eine kurze Exposie ein Verlust der Bewusstseinheit verhindern kann. Ja, ja, ich gehe ja schon weiter. Alter, ich wollte ja nur sagen, dass ich die Folge länger mache, weil ich da so am Anfang ein bisschen verdrödelt habe. Okay. Was ist das hier? Kein... Hä? Hä, das Ding blinkt. Guck mal. Hm. Huch. Ich weiß nicht, wer kam mit dem Namen Sea of Tears für ein Dessert. Ich habe hier nicht nur einen Satz von Liquid gesehen. Ja, gut erkannt, Cat. Okay, dann wollen wir da mal reingehen. Nee. Hallo? Ähm. Den kann ich nicht betätigen, warum auch immer. Inactive. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Ach, nö. Ich muss mich wieder kleiner machen. Aha. Okay. Och, nö. Nee, oder? Okay, ich tipsel hier mal durch. Bäh. Ähm. Ah, nein. Schönes Rätsel. Ähm. Was haben wir denn hier? Ein Kondensator, ein Elko. Mit 4700 Mikrofarad. 35 Volt. Und ich muss hier bestimmt irgendwas machen. Und ich weiß nicht was. Ich mache irgendwas. Aha. Okay. Aber was soll ich jetzt hier genau machen? Ich kann irgendwas bewegen. Ja, und das, äh. Aha, jetzt ist das Ding grün. Jetzt ist die grün. Nein. Jetzt ist die grün. Ha. Was für ein schweres Rätsel. Das ist aber cool hier. Lauter Elkos. Ich habe ja auch Elektrotechnik gelernt. Deswegen wusste ich auch, was das ist. So. Ähm. Wie sieht es aus? Ist das jetzt aktiv? Dann mache ich mich mal wieder ein bisschen größer hier. Sehr schön. Gut. Dann, äh. Los geht's. Äh. Warum? Oha. Hm. Schick. Boah, das sieht ja geil aus. Das ist cool. Das gefällt mir. Ähm. Einmal runter? Einmal nicht runter? Ach so, wir können nur hoch. Okay. Boah, das ist geil. Das Mirabilis-Railway-System heißt Griffith. Ich habe versucht, ihn zu sprechen, aber seine Programme ist sehr limited. Du musst nicht viel, um die Menschen in den Fahrzeug zu verändern. Aber es ist ein Scham, dass er so ein leckeres Gesprächspartner ist. Ach, du bist ja lustig. Na? Okay, und wo müssen wir jetzt lang? Hier lang? Ah, okay. Das ist das, äh, Schienen-Netzwerk. Ja, war schon wieder klar, dass, äh, der aus ist. Hier ist ein Schalter? Nein, das ist kein Schalter. Okay. Und, ähm, wie soll ich den jetzt bitte, ähm, anschalten, oder? Oder? Okay. Okay, der ist aus. Wie kann ich den denn anschalten? Hm. Er wird ja schon so ein komisches Rätsel hier. Interessant. Okay, na gut. Dann, äh, schauen wir uns das mal in der nächsten Folge an. Äh, wird ja wohl nicht so schwer sein, das Rätsel zu lösen. Okay, ich danke fürs Zuschauen und, äh, bin dann mal raus. Tschö. Mit Ö. Äh, öh, öh, Äh, öh, öh. Äh. Äh, öh.